für er ich bin nicht ich bin nicht in der Zeit und sie werden sie werden Go! Ah, nimm mich! Nein! 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 Eeeey! Oh Gott! Geh auf den Bussmann! Oh, nuh, ey! Oh, nuh, ey! Oh, nuh, ey! Machen wir dann noch ein, oder? Ja, ne, lass noch einmal Transit machen und morgen machen wir dann Dings. Ja, ne, wir, nein, egal, müssen wir eigentlich ne Dings. Ja, ne, wir, nein, egal, müssen wir eigentlich ne Dings. Ja, ne, wir, nein, egal, müssen wir eigentlich ne Dings. Wir müssen ja dann theoretisch gesehen eine andere Aufnahme starten, oder nicht? Weil das ja eigentlich Transit ist. Ja, klar muss man das schneiden, aber der, der, das Sprachding ist noch das gleiche. Ja, ne, wir müssen uns ja noch verabschieden, du Eierkopf. Ja, ne, wir müssen uns ja noch verabschieden, du Eierkopf. Ja, du bist ja ganz, ganz viele, ja, wir machen das einmal, machen wir jetzt hier noch und dann. Auf Transit. Was? Nein. Doch, das Ende gerade, das, gerade das Ende war ja so geil. Jetzt auch so wegen dem Gelaber, deswegen bänden wir das jetzt nicht, machen noch eins dran und fertig. Schneiden wir einfach raus. Hm? Endlich zahlt sich mein Studium der Elektrotechnik aus. Nix. Ich schiene jetzt erstmal nur rum. Lass euch mal ein bisschen was machen und ich hier auch wohl wahrscheinlich drei, viermal down jetzt. Nix, nur ein bisschen chillen. Darf man sich nicht mal einfach kurz irgendwo an einer bestimmten Stelle kratzen oder rumgemuckt wird? Städtchen und mit dem Hammer drauf und alles da. Mein Gott, Alter, nur weil mein Hinterkopf kratzt, heißt es hier, wie lange ich das hier ne rummucken muss. ich habe kein ich es ist komischerweise noch naja mal platz hier mal platz für den boss wind generator aus der feder des ansässigen was scheiße ich dachte das wäre jetzt jürgen gewesen ich hätte ihn so ausgelacht ja ich bin draußen auf jeden Fall so und nicht anders und bla 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 und Messer an und jaja warum gehe ich eigentlich in den Weg ich vollidiot ach ich vollidiot als ich scherb vollidiot ich vergelte nur gleiches mit gleich komm ich mache jetzt mal ein bisschen Schaffin vom Bus ich schaffe jetzt hier vom Bus und jetzt mit dem Opa Gander Style wenn sie sich gerade auf der Gander Style hey ey sexy lady wup 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 ich verabscheue ich verabscheue wir lassen ihn liegen oder ja 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 du kommst nicht mehr hoch denn du kommst nicht mehr hoch hä er ist doch ne 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 Treyarch das muss gefixt werden hör mal er kann nicht einfach so außenrum durch den Bus jetten geht gar nicht hier aber hier drüber hier an der Seite vorbei so die Zuschauer haben es ja gesehen oh Junge der ist ihm ja im Ding ja wieder damit auf ja ich hab's doch geschafft Manfred fahr weiter eine willkommene Zuflucht vor endlosen Angreifen ja echt ich spare in mehr als einer Hinsicht Energie ja okay das reicht jetzt für dich erstmal hier mach mir die Klamotten nass du das letzte was ich sehe ist für eine Ducate maximale Munition fantastisch jetzt habe ich eine Chance was geht jetzt geht es Komm einmal mache ich hier noch und diese munitionsmenge stellt meine selbst beherrscht der bus fährt los warum ich habe die beste waffe scheiß auf Railgun ich habe die War Machine Nein das ist nur Ansichtssache lasst meine Entscheidungen auf mich beruhen ich habe sie ganz toll gemacht ich habe kein Tauschmittel für Waren scheiß auf Packung Deutsch Digga ey Na los ihr werdet schon sehen ob ihr die Entscheidung bereut was für ein Anfängerfehler wir gehen die Donnerkerzen aus so ich nehme mich mal hier zurück zurück und lege hier eine Runde schlafen ja Mensch schau mal die Quelle ist versiegt keine Munition mehr abstoßend das bedeutet das bedeutet dass ich diese Monster ein Messer angreifen muss und die sind die Wir können euch alle anstellen und Sammys Stuhlinger danken. Oh, mein alter Seren wird korrekt. Ich sehe Sachen, die nicht echt sind. Ich brauche einen neuen Bleiwärter. Ich sehe es da, null. Welchen Sinn hat das? Ja, wir gehen fast. Die Action geht gar nicht erst los, ey. Das ist wahrlich dynamisch. Das ist wahrlich dynamisch. Das ist wahrlich.